Aus Japan heraus wuchs ein Unternehmen mit starker Tradition und Innovationskraft. Mit einem Elektromotor fing es vor 100 Jahren an. Heute ist Yaskawa führender Anbieter von Automatisierungstechnik und Lösungen in Europa und der ganzen Welt. Neue Roboter werden in Deutschland getestet, zertifiziert und für viele Anwendungen optimiert. Eine hohe Kundenzufriedenheit ist unser Maßstab. Willkommen bei Yaskawa. Wir entwickeln und testen neue Applikationen und unterstützen in allen technischen Fragen. Immer nahe am Kunden und nahe an der Technik. Mit direkten Draht zur japanischen Zentrale. Für komplexe Projekte laufen wir zur Hochform auf. Unser Know-how sollen Sie spüren. Vom ersten Konzept bis zum fertigen Bauteil. Bahngenauigkeit und Präzision haben einen Namen. Yaskawa. Modernste Informationstechnologie und die hohe Qualität der Motoman-Roboter führen zu perfekten Ergebnissen in der Praxis. Ob beim Schweißen, Schleifen, beim Picken und Packen, Lackieren und Beschichten. Neue Konzepte, neue Verfahren, neue Applikationen. Motoman läuft! Unser Kundenservice hat immer ein offenes Ohr für Sie. Unterstützt bei der Programmierung, nimmt die Technik unter die Lupe, wartet, repariert oder erneuert Ihren Roboter. Die Yaskawa Academy ist Ihr Schulungspartner für jeden Bedarf. Von Theorie bis Praxis, von Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, vom Einsteiger bis zum Umsteiger. Höchste Zufriedenheit bei unseren Kunden und unseren Systempartnern. Die Zusammenarbeit von Goldfuß Engineering und Yaskawa ist noch relativ jung. Jedoch, seit wir eigene Roboter-Systeme einsetzen, funktioniert unsere Partnerschaft. Zuletzt haben wir ein Fallschachtel-Entnahmesystem mit einem Dualarm-Roboter entwickelt und patentiert. In dieser Marktlücke werden wir hoffentlich mit Yaskawa zusammen noch weitere Systeme im Bereich Packaging verkaufen können. Bei Yaskawa Motoman passt eben das Gesamtpaket. Der Service ist hervorragend, der Vertrieb ist hervorragend, die Produkte sind absolute Spitzenklasse. Seit vielen Jahren können wir aus absoluter Überzeugung dieses Produkt am Markt platzieren. Wir bauen Schweißanlagen an drei verschiedenen Standorten. Lean Production auf der ganzen Linie. Große Anlagen, genau bis auf Zehntel Millimeter, sind unsere Spezialität. Unsere Mannschaft mit Herzblut dabei gibt alles, im Ganzen wie im Detail. Wir produzieren, testen, verbessern, kontrollieren. In unseren Positionierern, Portalen und Fahrbahnen verbauen wir ausschließlich Servomotoren von Yaskawa. Diese sind perfekt auf die Robotersteuerung abgestimmt. Auch Vorrichtungen bauen wir selbst und setzen dabei entweder auf hochmoderne CNC-Maschinen oder auf unsere erfahrenen Mitarbeiter. Hier in Schweden bauen wir Portale, Fahrbahnen und Robotersteuerungen für Europa. Entwicklung, Konstruktion und Produktion arbeiten auch hier Hand in Hand. Komponenten aus Japan werden hier mit Standards aus Europa auf einen Nenner gebracht und individuell für jeden Roboter konfiguriert. Die Konfiguration geht aber auch bis hin zu kompakten und wirtschaftlichen Standardzellen für Schweißanwendungen. Was immer wir tun, machen wir, um Ihnen Produkte und Lösungen zu bieten, die begeistern. Yaskawa Masters of Robotics and Motion Control